Da haben wir hier so ein Flakding rum drauf. Nein, ach warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen. Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Karotte. Alter, das hat ihm bis dahin geklappt. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Zombies. Ich krieg die Perspektive im Kopf grad nicht zusammen. Zombies, Zombies. Walking Dead. Einmal was mach ich da? Ich sag, das sieht aus wie Rick von der Walking Dead. Könnt ihr das in der Hand sein? Money Boy. Das ist Money Boy, Alter. Money Boy? Oh, ist so eine Maske. Mach nur eine Bank mit einem Money Boy Tag, bitte. Alter. Sino? Ja, das ist eindeutig Jesus, weil da die Stigma drin ist. Alter, Neo. Matrix. Alter, sehr ehrlich, das ist Neo. Das ist doch nicht Neo. Alter, also ich muss ja das nehmen, was ich im Kopf hatte dabei, ne? Iron Man. Allahu Akbar. Harry Potter. Alter. Äh, White, White West. Ich muss das nehmen, auch wenn vielleicht jemand schon nah dran war, muss ich das nehmen, was ich schon anfangen habe. Okay, jemand war nah dran. Das war der Hinweis gerade, jemand war nah dran. Oh, hallo. Oh mein Boy. Ähm. Ein Loch im Kopf. Ist das ein Hinweis daneben? Small Soldiers. Also der Pfeil zeigt an, um was es in Wahrheit geht, ne? Helm. Eine Bunde. Ein. Kalle beim, beim Pyro. Oh, scheiße, ja. Oh, scheiße, ja. Bei diesem, bei diesem, das ist der Wässer. Nein, nein. Helm, vor allem hast du gesagt, ihr seid nah dran. Scheiße. Was ist denn das? Viel Nothing Las Vegas. Nein, das hat er noch nie geguckt, Truppen. Ähm. Was ist das, Alter? Alter, Leute. Der sieht aus wie eine Rakete, Mann. Was ist das, was Externes, ne? Ja, ja. Saving Private Raimi, Alter, oh, scheiße. Guckt's euch an. Fenster. Hm, Gitter. Fenster. Kratze. Nazi. Äh. Alter. Ein christlicher Mann, Nazi. Ein Briefmark hat er am Kopf. Ja? Alter, Leute. Also, zwei von euch waren schon übelst nah dran. Und bei mich bin ich mir nicht sicher, ob er es rafft. Aber alle anderen müssten es auf jeden Fall. Watch Dogs. Fuck, Mann. Watch Dogs habe ich schon gesagt, Mann. Hm. So mal wieder raus, Spaß. Hier, Leute. Jesus. Na. Hier, ich kann es nicht noch größer malen. Was denn? Jesus. Fuck, die Boy. Ich habe nicht mehr viel Platz zum Mal. Waren wir alle schon mal dran? Oder waren wir noch mal dran? Wir haben Robin-Play, Mann. Tu es Block. Fuck, Mann. Das war gar nicht Absicht. Tu mal wieder raus. Tschüss, Block. Schöne, 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 Schöne. Nein. Alter, ihr könnt es mal nicht sehen. Es tut mir leid, Alter. Es tut mir leid, dass ich das Ganze vibriere. Tschüss, Block. Ganz eindeutig. Tschüss, Block. Äh. Player Boy. MCZ. Oh, Leute. Leute. Jetzt merkt euch mal. Ja? Hier. Ja? Helm. Ich kann es halt nicht so machen. Ist ein Rapper. Ein schwarzer Rapper. Alter. 50 Cent. Hier. Leute. Alter, ich kann ihn, Alter. Hier. Zwei von euch waren schon so nah dran. Das ist was Externes, Mann. Also, das sind Texte. Alter, Tony ist Tony. Respekt-Schelle. Alter, Leute. Hier. Was liegt da? Tricks. Alter, da liegt was. Du wachst schon so fucking nah dran. Ich bleib bei Jesus, Alter. Ey, ihr wachst schon so nah dran. Die Bibel, Alter. Keine Ahnung. Genesis. Wir lassen Robin Blayman. Oh, ich kann hier mit dem dünnen Stift noch was machen. Nein, du musst ihn gar nicht hin. Nein. Hallo, hallo. Ich hab nicht mehr viel Platz. Das ist doch nicht mein Problem. Das ist doch nicht aus, Alter. Der muss ran suchen und versuchen, das dort rein zu kratzeln. Gut, ja. Was kann man doch machen, ey? Ich verstehe jetzt ganz oberste nicht. Diese Rakete. Na, pass auf. Pass auf. Die Rakete, ja? Deswegen verstehe ich aber auch nicht. Die Rakete musst du dir jetzt mal merken. Verstehst du? Rakete durchstellt. Nico. Nico Stern. Nein, Alter. Eko, ey, Rühling. Boah, ich hab echt grad nichts im Kopf für charakteristisches Zeugnis. Ich weiß es. Ich hab alles schon. Das läuft, die Fürst. Mann, du hattest. Na, ich sag gar nichts. Wer hat es? Es waren diverse Leute schon sehr nah dran. Scheiße. Es sind doch Rapper. Der Pfeil zeigt, um was es geht, ja? Deine Birne. Sonnenbrille. Sieh du. Es geht hier rum. Du hast den Stift dünner gemacht. Du hast gecheatet. Robin hat verloren. Alter, du musst kaufen. Komm, dann nenne ich jetzt noch einen Bereich, okay? Ne, Leute. Schnell. Film und Fernsehen. Kommt. Leute. Weg im Bett. Leuchtsam. Leute, ihr wart schon mal dabei. Robin blamen, Robin blamen, Robin blamen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das mal. Alter. Was ist das hier? Er hat uns auf jeden, Alter. Und da sind Dinge drauf. So. Und das ist... Ich kenn keinen, der da Dinge drauf hat. Alter. Das ist eine der... Wo war der David? ...der epischsten Szenen der Filmgeschichte. Ihr kennt das. Da, wo der Kiffkorfer eben vier Punkte gibt. Verdammt, Leute. So, die Szenen. Alles für Dele. Die Szenen hier, ja? Ey, das sind noch Vierecke im Hintergrund. Erinnert euch an die Szene? Hier. Die Vierecke im Hintergrund. Da sind wieder die Punkte. Google Glass. Alter, Leute. Ungunlust nicht. Ein Film. Okay, das wird... Äh, Gamescom-Video. Welche Filme? Alter, guckt doch mal. Die haben alle seit die schwarzen Sonnen. Nein, es macht nichts. Wer ist denn das? Wer macht denn so? Ja, Mann. Morpheus. Alter. Es ist Morpheus. Es ist Morpheus. Es war nicht gut gemalt. Es war einfach nicht... Alter, Morpheus. Ihr habt ganz am Anfang... Matrix, Matrix, Neo. Ja, und ich so... Ich dachte, du meinst die Rapper, die wir alle genannt haben. Alter, Morpheus. Ja, auf dich und auf... Nein, ich würde auf die Hälfte kosten. Du kannst gerne auch einen Schluck gegenhalten. Das ist die Szene, Alter. Die kennt doch jeder, Mann. Niemand kennt doch nicht, Alter. Ja, guck, sorry. Naja, eben, sorry. Darf ich doch von deinem trinken, bitte, meinst du? Scheiße. Wir drehen einfach um... Nee, gib mal kurz. Du darfst einen Schluck von meinen Hohle. Okay, aber ich habe noch eins in petto. Das kennt auf jeden Fall jeder nicht. Morpheus, Alter. Ich hätte ja gar nicht sofort gemacht werden. Ganz ruhig, Robin. Ich will nur festhalten, ich habe es erraten. Also kann keiner geblamed werden. Ich habe es erraten. Das Spiel ist super. Probiert das aus.